Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumine. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Die Krankenhäuser sind veraltet. Rogers gratuliert allen Universitätsabgängern. Ich denke, das kann den Robespierre auch. Und die Galerie für moderne Kunst stellt nach Suizidwerke des Künstlers Sigmund Hameling aus. Nach Suizid des Künstlers. Okay. Wie das so ist mit Kunst. Manchmal wird sie erst richtig wertvoll, wenn der Künstler schon tot ist. Calhoun ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Einfach so. Schlussverkauf. Nein. So. Jetzt haben wir dann hier mal noch Schönes. Noch was. Das hier. Das hier. Spinnen und Fliegen. Von Sengster. Sengster ist eigentlich immer gut. Sag ich doch. Sengster ist chillig. Sengster ist gut. Wertstehle ist begraben worden mit allen militärischen oder polizeilichen Ehren. So, wahrscheinlich kriegen wir auch wieder hier eine Detektivstelle. Öffnet er uns gleich wieder. Und wir sehen nix. Nix, nix. Mother Baker ist auch geil. Oder hast du gesehen? Hier Mother Baker. Mutter Baker. Möchte nochmal einen Polizeidienst. Alkohol am Steuer. Was? Der währt am Strand mit einem Buggy Leute um. Und lacht dabei wie ein Wahnsinniger. Das ist, äh, das ist, äh, das ist was für die Elite, Freunde. Äh, ja. Und Trevor vielleicht nochmal, um so zehn mehr noch zu kriegen, dass wir ihn auch bei Schusseinsätzen einsetzen können. Und hier hätten wir nochmal eins, zwei, drei, vier. Das passt doch. Der Chefgärtner. Wobei ich sage, dass eigentlich unsere Truppen stehen. Ja, unsere Truppen stehen. Vor der Stadthalle haben sich einige Eltern versammelt. Was? Mucopolysaccharidose. Eine selten angeborene Krankheit, die das Nervensystem, innere Organe und die Skelettmuskeln angreift. Freeburg hat den Ankauf der zur Behandlung nötigen Medikamente eingestellt, da sie der jährlichen Überprüfung nicht standgehalten haben. Die Eltern sind wütend. Mrs. Poultry, Anführerin der Versammlung, hat in ein Megafon gerufen. Diese Krankheit tötet unsere Kinder und ihr denkt nur an eure politischen Spielchen. Ja. Ähm. Ist aber ein Verbrechen, Leute. Laufendes Verbrechen. Also ist jetzt nichts, was wir dem Bürgermeister irgendwie zugute tun, sondern es ist einfach nicht okay. Na, wir können uns doch da hinstellen. Einfach ein bisschen aufpassen, dass die keinen Mist machen. Ansonsten kann ich deren Anliegen schon nachvollziehen, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier noch eine Belästigung im Unterhaltungswirtel. Unterhaltungswirtel. Bewachsene Männer belästigen am helllichen Tag Schülerinnen im Schwimmbad. So ein paar aufgepumpte Muskeltypen in Badehosen haben die Mädchen angefasst und am Pool neben ihnen gelegen. Kommen Sie sofort und verhaften Sie diese Perversen. Vielleicht sind das auch Schüler, die einfach gut in Form sind. Komm, schicken wir mal hier. Können wir Forbes auch mitschicken, ne? Der Buggy rast direkt auf einen Streifenwagen zu. Auf die Reifen schießen ist bei einem Buggy, glaube ich, ich weiß nicht, sind die nicht voll Gummi? Machen Sie sofort den Motor aus! Kokain haben wir gefunden. Ah ja, klar, gut. Der war halt drauf, der Junge. Rüstruf war der. Und die unerlaubte Versammlung konnten wir auch, ich denke, friedlich beenden. Mission der Gewerkschaft. Oh, Freunde, da haben wir immer eigentlich überlegt, der Gewerkschaft, sag ich mal, die Gefallen zu erfüllen, die sie so fordern. Chefgärtner. In letzter Zeit wirkt es so, als würde sich die ganze Stadtverwaltung auf eine Invasion vorbereiten. Komisch. Alle Blumen wurden niedergetrampelt. Also hat Bürgermeister Rogers gesagt, ich sollte den Hauptgarten zur Hintertür verlegen. Ich war dort am Arbeiten. Also einen wichtigen Typen, ein General im Ruhestand oder so, habe sagen hören, dass ein kompetenter Kommandant mit ein paar Kämpfern durch die Hintertür rein und von dort aus in jeden Teil des Gebäudes kommen könnte. Also würde das zentrale Sicherheitssystem eigentlich gar keinen Sinn machen. Dann hat er sich wieder beruhigt und gesagt, dass niemand weiß, außer den Leuten, die davon wissen sollen. Und dann sind alle einen trink gegangen. Also ein erfahrener Kommandant soll hier mit zur Hintertür rein. Machen wir das so, oder? Mit ein paar Kämpfern durch die Hintertür rein und von dort aus in jeden Teil des Gebäudes kommen könnte. Aber doch. Wir haben jetzt hier einen Sturmtruppen. Wir haben einen Angreifer. Wir haben den Teamleiter als erfahrenen Kommandanten. Warum müssen die allein durch die Vordertür? Oder wir verteilen hier halt noch... Also mehr als drei geht nicht. Die würden ersaufen hier. Das heißt, wir können da noch... Nein, 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 es ist okay. Finde ich gut. Basta. Basta Politik. Mr. Boyd. Mich haben gerade besorgniserregende Nachrichten erreicht. Die Hafenverwaltung hat ein paar Schläge angeheuert, um unseren wichtigsten Gewerkschaftsvertretern eine Lektion zu erteilen, damit wir bei den Verhandlungen über die neuen Arbeitsverträge der Hafenarbeiter einen Rückzieher machen. Unsere Quellen haben uns die Information geliefert, dass sie uns jeweils einzeln erwischen und sozusagen überzeugen wollen, unsere Einstellung zu ändern. Für die weiteren Verhandlungen brauchen wir also Personenschutz. Können Sie uns ein paar vertrauenswürdige Männer schicken? Hm. Sechs Männer. Alter Verwalter. Äh, das ist heftig. Können wir da nicht mischen, Freunde? Sag ich doch. Lizenzierte Rettungsschwimmer. Sie haben den Mädchen eine Erste-Hilfe-Stunde gegeben. Hehehe. Diese perversen Rettungsschwimmer. Oh, guckt mal, Freunde, hier geht es schon wieder los. Eine Massenausschreitung. Holy moly. Ähm. Er behauptet ja, ja, bösartige Gerichte, irgendwelche Bäcker, die sich gegenseitig, ähm, Dutzende wütende Leute, ich konnte die Tür verriegeln, aber die wird sie nicht lange aufhalten, hat Mr. Baxter am Telefon geschrien. Was schicken wir da hin? Und was haben wir noch? Eine Schießerei. Eine Schießerei. Also Schießerei ist schon mal klar. Seine Nachbarn streiten lautstark. Er schwört, dass es mindestens vier verschiedene Stimmen sind. Schüsse gefallen. Ähm. Tätowierte Schläger. Ja, weiß ich nicht. Ist ein bisschen undurchsichtig, da muss die Elite hin. Da muss die Elite hin, das ist schon mal klar. Und Massenausschreitung schicken wir dann die Leute hier hin mit Mannschaftswagen noch. Und hier würde ich dann, ich würde halt gerne die vier schicken hier mit Schabotter und so ein bisschen mischen. Oh, sechs sind es sogar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute. Terror Drohung. The last picture show. Der längste Finger. Ein anonymer Anrufer droht. Er würde das Kino in die Luft sprengen. Vielleicht nur ein Streich. Tja, man weiß es nicht. Wir gucken erstmal, wie es hier gelaufen ist. Dann müssen wir uns die Tierquälerei noch angucken. Hier soll man Verstärkung noch schicken. Bei der Schießerei im Wohngebiet. Och komm, wir weigern uns jetzt mal. Oh. Gerade so gut gegangen. Massenausschreitung. Auch gut gegangen. Jetzt ist die Frage, Leute. Schicken wir hier unserem Gewerkschaftsfuzzi? Können wir überhaupt nichts schicken? Dann haben wir hier Tierquälerei im Zoo. Der Mann ist verrückt. Er hat gesagt, er würde den Vogel töten. Ja, das ist was für die beiden. Und hier müssen wir halt auch überlegen. Gewerkschaft haben wir verkackt. Terror Drohung. Schicken wir da mal zwei Leute hin, oder was? Na komm, schicken wir mal. Ach. Was haben wir hier? Fahrzeugunfall oder von einem Auto erfasst. Können wir das wenigstens machen? Das geht. Das ging nicht vorne. Ging nicht. Terror Drohung ging nicht. War ein Viertklässler, der nicht das Geld für eine Premierenkarte hatte. Und wahrscheinlich auch nicht das Geld und die Skills für Sprengstoff. Werder gefasst. Werder gefasst. Tipptopp. Das ist aufgegangen. Ja, die Gewerkschaftsmission. Das ärgert mich so ein bisschen. Kann man hier nochmal gucken. Die Tech-Tips. Heute wäre ein guter Zeitpunkt, das zu lösen. Mal schauen, ob wir da schon genug haben. Was haben wir hier noch? Oder was? Komm, wir schicken die alle hin. Und dann war es das aber auch. So, und wir gucken uns mal hier das Ding an. Ein hochgewachsener Mann mittleren Alters trug einen offenen, grauen Mantel. Boah, da haben wir ja nur Bilder von dem, ne? Und ein weißes T-Shirt. Wird da wohl sein. Nach Betreten des Ladens ging er direkt zum Alkohol, nahm sich ein Sechserpack Bier und ging dann zur Kasse. Nahm sich ein Sechserpack Bier. Ging dann zur Kasse, im Everyday-Einkaufszentrum. So, das passt schon mal, würde ich sagen. Ich stand direkt vor diesem Kerl an der Kasse. Er wirkte auf mich ziemlich verdächtig. Und was für ein grässlicher Gestank. Ich bin so schnell von ihm weggegangen, wie ich konnte. Und auf dem Weg nach draußen habe ich jemandem von der Security gesagt, er solle ihn im Auge behalten. Unidentifizierter Mann reagierte darauf, indem er die Kassierin anschließend auch ein Security-Mann tötete und floh. Okay. Ich stand in derselben Schlange wie dieser Typ. Er hat es offensichtlich sehr eilig und war sehr nervös. Er hat der Kassiererin seine Kreditkarte gegeben. Das ist Bargeld. Und als die ihm sagte, dass das Konto leer sei, hat er eine Waffe hervorgezogen, das arme Mädchen in den Kopf geschossen. Dann auch dem Security-Mann, der in der Nähe war und versucht, ihm die Waffe abzunehmen, aber der Kerl war zu schnell und hat ihn erledigt. Gut. Bumm. Bumm. Ich und mein Partner haben uns unterhalten, als eine Frau auf uns zukam und sagte, wir sollten den seltsamen Mann an der Kasse im Auge behalten. Ron ging zu ihm rüber. Hier vielleicht. Und dann habe ich den Mündungsschlitz gesehen und Schüsse gehört und dann rannte dieser Typ mit seinem Bier zum Ausgang. Und ich war so schockiert, dass ich nicht rechtzeitig reagieren konnte, um irgendwas zu tun. Und ich konnte nicht mal rechtzeitig meine Waffe ziehen. Larry, Security. Er konnte nicht mal rechtzeitig seine Waffe ziehen. Ich denke, er wurde erschossen. Gibt es nochmal Security oder was? Larry, Pergula. Gut. Ich will gerade rein, als plötzlich dieser Idiot herausgestürmt konnte, mich beinahe umrennen. Ich konnte ihm nichts mehr nachrufen. Er sprang einfach auf sein Fahrrad und verschwand. So. Woran, wo, wo hängt es jetzt? Ich finde das eigentlich ganz gut. Er kommt rein, schnappt sich ein Sixpack Bier, will eine Kreditkarte bezahlen, erschießt die Kassiererin, erschießt den anderen Security-Menschen und rentt raus. Und der andere Security-Mensch kann nichts tun. Gucke, das ist der. Wo ist das fucking Problem? Mann. Das ist ja Quatsch. Oder? Freunde? Vielleicht ist es hier wirklich... irgendwie noch... Fahrrad passt auch. Der ist auf sein Fahrrad gerannt, hat sie ungeschubst hier. Schade. Na, vielleicht kommt nochmal neue Erkenntnisse und dann können wir nochmal ein bisschen was austauschen. Scheiße, ich ist wieder irgendwie irgendeine Reihenfolge nicht hundertprozentig richtig. Ja, dann lösen wir das am Tag 179. Ist doch gar kein Problem. Und dann dürfen wir am Tag 178 wieder nicht rumrätseln. bereits vor Ort, Tag ist vorbei, da können wir doch tatsächlich nochmal zweimal Verstärkung schicken. Von unserer roten Elite, die leider Bürgermeister Rogers zugetan ist, möchte ich mal sagen. Verstärkung. Purdy, Chewbacke, alle rot. Sind in Schicht B, aber ich meine bloß. Und Fischbach, Koizumi. Was ist da los? Die Japaner unterstützen. Massenschlägerei. Ja, und? Ja, ich habe nichts anderes erwartet, aber vielleicht anders befürchtet. Tag 178. Den nehmen wir uns auch noch zur Brust. Ich bin zu müde. Ich habe zu viel getrunken. Ja. Getrunken, Leute, will ich nicht in meinem Team haben. Haben wir schon drüber gesprochen. Was ist denn jetzt los? Lass mich hier erstmal ganz entspannt gucken und sehen. Das ist Mist. Das ist Mist. Aber wir könnten vielleicht die irgendwie zu Schicht A nochmal nehmen, oder? Ich meine, wir haben arschvoll Plätze frei. Schicht B brauchen wir nicht nochmal, so eine Deppen, aber... So, Vandalismus. Was? 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 Swastika auf dem Parkplatz Malten. Schau, aber ist jetzt auch nicht. Machen wir mal so. Und Drogeneinnahme. Die Literaturlehrerin, Mrs. Gundersen, hat Spuren von weißem Puder auf den Rucksäcken ihrer Schüler bemerkt. Vielleicht ein bisschen eine übermotivierte Lehrerin. Machen wir mal so. Schauen wir mal, was sich ergibt. Wenn die jetzt natürlich wirklich Waffen haben, dann ist hier ein bisschen mit Hutchinson und Spain. Schwierig, ne? Bewaffneter Raub. Jetzt aber wirklich, oder was? Tatsächlich. Bankgerammt. Waffe sprang heraus und... Das ist ja super. Also ein Mann mit Waffe sprang natürlich heraus. Nicht die Waffe selbst. Angriff auf ein Restaurant. Bad um Wasser. Die Kellnerin war unhöflich. Ich werde dir beibringen, ältere Leute zu respektieren. Du kleines Missstück. Ja, Freunde. Rückzug, oder? Also, wir können uns auch weigern, aber dann werden die alle erschossen. Was machen wir? Rückzug. Rückzug. Ja, ja, ja. Ist besser. Wie sieht es eigentlich aus hier so statistisch? Können wir da noch gucken oder nicht mehr? Unseren Stellvertreter gibt es ja nicht mehr, ne? Ich glaube, hier... Nee. Auch nicht. Nee. Unser Stellvertreter ist tot und deswegen gibt es keine Statistiken mehr. Oder ich finde es so schnell nicht. Kreide staubt von der Tafel. Wer hat denn heute noch Tafeln, Mensch? Angestellte und Kunden der Bank werfen Bündel von Banknoten in den Lieferwagen. Mach den Wagen voll oder alle sterben. Verzeihung, Freunde. Der Räuber öffnet seine Jacke, um zu zeigen, dass er sich Dynamit umgeschnallt hat. Ich werde jeden hier in die Hölle schicken, wenn ihr mich nicht gehen lasst. In den Kopf schießen? Oder betäubt... Ich finde Kopfschuss gut. Kopfschuss finde ich gut. Purdy hat bestimmt geschossen. Spitzenmäßig vorne. Kein Ding. So. Bitte was? Powers und Fontenor. Zivilisten getötet. Was seid ihr für Pfeifen? Ei, 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 Freunde. Meine Fresse, was ist hier heute los? Feuergefecht. Schüsse in ihrem Wohngebiet. Feuergefecht im Ghetto? Was haben wir hier? Angriff mit einer offensiven Waffe. Packte sie am Haar, schrie sie an. Dann schnitt ihm mit einem großen Jagdmesser die Kehle durch. Ach du Scheiße. Gut, dann schicken wir hier auf jeden Fall mal McCoy und Fontenor. So. Hier müssen wir warten. Nutzt alles nichts. Alter Vergewaltigung. Hier schicken wir mal. So. Dann gucken wir uns die Vergewaltigung noch an. Mr. Zambezi hat mich vergewaltigt. Den verzweifelten Ausruf folgte. Der verängstigte Schrei einer Frau aus einem geschlossenen Hörsaal. Ein paar Studenten haben die Polizei gerufen. Da können wir das Wort schicken. Und letztlich Powers und Crosby. Mehr Alternativen haben wir nicht. Und was will er hier wieder? Gegen irgendwelche Missstände an einem Hotel. Und jetzt gibt es hier Probleme. Da müssen wir drei Leute schicken. Das ist eine Fälschung haben wir noch. Mit Falschgeld bezahlt an der Tankstelle. Alter, jetzt will er es uns nochmal richtig geben, oder? Ungefähr 15 Anhänger der Kirche der 13. Wiederkehr haben sich im Park versammelt. Wann gab es denn schon mal 12 Wiederkehren? Mit Benzin übergossen bereiten sich darauf vor, sich selbst zu verbrennen, um den Herrn bei seiner Wiederkehr zu helfen, auf das er all die Sünder bestraft. Dann sollen sie sich anzünden, Freunde. Aber bitte nur sich selbst. Und nicht die Eichhörnchen, die da im Park noch rumlaufen. So, Vergewaltigung. Oh, war ein Fake. Offensive Waffe war richtig. Feuergefecht haben wir auch geschafft. Bewerkschaft können wir nicht schaffen. Können wir nicht schaffen. Selbstmorddrohung können wir nicht schaffen. Täter ist entkommen. Zivilisten getötet. Fälschung. Täter entkommen. Alter. Gib's uns. Ja, gib's uns nochmal. So, Geiselnahme mit Todesfall. Da wird jetzt aber nochmal SWAT geschickt. Im Casino. Vier Männer bis zu den Zähnen bewaffnet. Da machen wir das mal so. Und hier schicken wir mal zum Diebstahl die drei Noobs. Und dann haben wir hier nochmal Verstärkung. Falls wir Verstärkung schicken können, dann schicken wir Powers McCoy und Fountain auch noch. Oder wir gehen zur Massenausschreitung. Oh Mann. Hunderte Einwohner haben sich stundenlang in Erwartung des alljährlichen Mitternachtsmonsterschlussverkaufs am Einkaufszentrum angestellt. Als die Ladentüren endlich öffneten, stürmten die Menschen hinein, walzten alles in ihrem Weg nieder. Männer und Frauen fingen an, sich gegenseitig Haare auszureißen und Augen auszukratzen. Während sie um Bügeleisen, Videorekorder und andere Produkte kämpften. Es gibt schon Dotzende von Opfern und die Menge dreht weiterhin durch. Kommen sie und stoppen sie das Blutvergießen. Machen wir mal. Ui, 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 ui. Freunde, was ist da los? Was ist da los? Die Stadt dreht durch. Das ist doch Quatsch, oder? Hat der noch auf ihn ge... Ich konnte nicht mal rechtzeitig meine Waffe ziehen. Also das wird schon das hier sein. Und er hat ein Sixpack Bier geholt. Richtig? Sechser Pack Bier und nicht eine Flasche Wein. Und er hat einen langen, grauen, offener, grauer Mantel. Also das ist Quatsch. Und er hat nicht mit Geld bezahlt, sondern mit der Kreditkarte. Und, ähm, er sprang auf sein Rad. Ach so, auf sein Bike. Vielleicht ist es das hier. Tatsächlich. Oh, Übersetzungsfehler, Freunde. Toll. Naja, nehmen wir morgen fest. Den nehmen wir morgen fest. Gar kein Problem. Ähm, wir weigern uns mal und hoffen, dass niemand erschossen wird. Sehr gut. Sehr gut. Und, naja, noch ein versöhnlicher Abschluss. Die went on his bike oder was auch immer. Auf sein Rad, auf sein Motorbike halt, ne. Es ist fantastisch, Freunde. Wir sind mit dem Mannschaftswagen in das Einkaufszentrum. Und haben die alle niedergemetzelt. Oder wir haben Rabattmarken verteilt. Kann auch sein. Was? Angriff? Angriff! Oh, der Angriff wird nachts stattfinden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Leute gut positioniert haben. Dann schlagen Sie los. Denken Sie immer daran. Sie können sich keine Fehler leisten. Oh, Freunde. Ich finde, dann machen wir nochmal so eine schöne letzte Folge draus, oder? Ich denke, wir machen hier einen Cut. Und dann sehen wir uns morgen zum Angriff. Wir machen uns bereit. Ähm. Kannst du ja nochmal schreiben, ob das jetzt so passt. Ja. Ob das jetzt so passt. Wir gucken nochmal drauf. Also wir haben hier... Wobei... Ich kann ja nicht... Äh... Ne. Kann ich nicht machen, Freunde. Dann muss ich ja den Rechner so lange anlassen, bis die Folge... Mh. Ich glaube, das passt schon. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann starten wir so los. Und hoffen, dass es gut geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dein Lumi. Dein Lumi. Dein Lumi. Bis zum nächsten Mal.